So, da sind wir wieder mit Harry Potter und die Kommen des Schreckens, direkt nach der letzten Aufnahme, beziehungsweise für euch den letzten Part. Immer noch beim Suchen von irgendwelchen kranken Sachen im Keller, äh im Kerker, nicht im Keller. Vielleicht auch, wer weiß, vielleicht hat man ja auch einen Kerker im Keller. So, wir schleimen das mehr hier und sieh da, eine magische Brücke entfaltet sich vor uns dann auch. Hier ist es sogar mal Wasser, ne? Ich weiß nicht, wieso ich sterben würde, wenn ich da jetzt runterfalle, aber wir versuchen es mal lieber nicht, ne? Ja, wir sind ja nicht so wagenmutig, wir sind zwar Harry Potter, aber man weiß ja nie, oh, hässliche Spinn. So, an dem Raum kann ich mich sogar noch ohne Witz jetzt erinnern. Also ich, wie gesagt, ich kenne das Spiel ja schon, so ist es ja nicht. Äh, nur ist das schon Jahrzehnte wirklich her und, naja, gut, Jahrzehnte ist es genau ein Jahrzehnt her, als ich das gespielt habe. Als der gute Herr Mr. Möhr natürlich gerade mal schnucklige, was weiß ich, neun Jahre, zehn Jahre, irgend so was war es bestimmt mal. Ja, man weiß es nicht. Wo hab ich den jetzt ins Wasser geschmissen? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Oh, Pieps! Hallo, Pieps! Hallo, Pieps! Hallo, an den Socken! Von dir hab ich mich echt erschrickt. Ey, Pieps, das kann ich mich sogar noch erinnern. Pieps! Komm, an den Socken! Pieps! Okay, Pieps will nicht. So, wir gehen erstmal runter und gucken mal, was da ist. Der Raum ist cool gemacht, ich erinnere mich an den. Ich weiß ja nicht mal, was man tun musste, aber er war cool. Ich mochte den. So, hallo, kleiner Gnom. Und tschüss! So. Okay, irgendwie müssen wir das jetzt machen, ne? Kann ich da rüberspringen? Moment, ich probiere gerade mal. Ich weiß es nicht. Naja, das ist mir zu riskant. Wieso ist das jetzt wieder da oben? Egal. Nehmen wir mal den Aufzug da oben. Juiui! So, und jetzt drücken wir einfach mal hier ein paar Knöpfe. Ähm, ja, okay. Wir gehen hier offen. So, und jetzt... Okay, da sage ich jetzt wenig zu. Ich überlege eher. So, mit dem hier. Ich rate, ich mache gerade, ne? Frei, frei Schnauze, probiere ich einfach was. Sollte klar sein. Nicht, dass ich da... Ich bin kein Mensch, der bei sowas länger überlegt und dann die passende Entscheidung trifft. Ich mache das jetzt einfach. So, das war auf jeden Fall schon mal falsch. Das kann man so nicht machen. So, wir nehmen mal den ganz außen. Wo müssen wir überhaupt drängen? Am besten... Am besten holen wir uns erstmal die Bonustür, ne? Die Bonustür kriegen wir jetzt schon. Ich glaube, das linke ist die Bonustür. Ich hoffe, den Sprung können wir überhaupt schaffen, ne? Können wir... Ich versuche es einfach, was soll es. Ja! Okay, Harry hat das geschafft. Mit dem Knie aufgekommen. So, und hier können wir zumindest schon mal die Bonustür öffnen, oder? Ja, geil. Die will ich sowieso haben, also passt das. Silberne Karte? Wohnen. Oh, okay. Wir kriegen aber reichlich Sachen. Ich meine, gut. Eigentlich würde ich gerne lieber eine silberne Karte haben. Aber über so einen Scheiß kann ich mir auch freuen irgendwo. Habe ich wieder supersüchtigen Lebenstrank. Ich weiß immer noch nicht, was der bringt. Ich glaube, er wiederbelebt nicht. So, dann wollen wir doch mal schauen. Können wir überhaupt wieder... Sehr gut, Harry. Auf dich kann man sich verlassen. So in manchen diversen Situationen. Eventuell vielleicht mal. Und jetzt gehen wir das Ganze mal so an. Und sehen, ob das in irgendeiner Weise funktioniert. Ja, jetzt machen wir die blauen. Okay, okay. No Problemo. Müsst ihr jetzt eigentlich... Ja. Problem gelöst, meine Freunde. So easy geht das. Und Aufzug, bitte? Fahrschein, bitte. Ne, so hier durch. Hallo, freudige Welt auf der anderen Seite. Mein Name ist Harry Potter. Und ich laufe hier durch den roten Teppich. Was geht? Die Lütte, wo auch viel zu große Tür. Wo kein Mensch durchpasst, außer Hagrid. Weil es ist Hagrid überhaupt ein Mensch. Und die heiligen Hallen des Professor Snape. Wieso er auch immer so lange braucht, wenn er Sachen holt. Das erklärt einiges. So, wir gucken mal, was wir hier so maximal rausholen können aus der Kammer. Wir dürfen hier nichts liegen lassen. Snape hat das verdient, dass wir ihn ausrauchen. Gucken wir nochmal, was schön ist. Was haben wir hier? Miranda Habitsch... Ne, Habitsch. Habitsch, ja. Berühmte Autorin von Zauberbüchern. Ja, die sieht doch so aus. Ne, ganz freudige alte Dame. So, geh mal hierher. Die Böhnchen nehme ich auch mit. Und jedes Böhnchen macht ein Töhnchen. Der wird's wieder auch nie langweilig. So, hier können wir einmal drücken. Und da geht die Tür schon mal auf. Das ist doch schon mal schön. Das heißt, wir kommen notfalls auch wieder raus. Was ja auch irgendwo erwünschenswert ist. Ich will eigentlich eher weniger hier mein ganzes Leben verbringen. Schließlich bin ich Harry Potter. Und das ist, glaube ich, nur ein Teil, ne? Nein. Oh, okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Das ist ja ganz praktisch, ganz schön zufällig, dass das wie ausgerechnet mir passiert, ne? Haha. Wieso hat er auch immerhin Bohnen im Labor? Ich meine, beziehungsweise im Kerker, Keller, was auch immer das jetzt darstellen soll. So, und... Hallo. Haben wir dich hier mal so... Tschüss in die... Ne, das ist keine Lava, oder? Ne, wenn, dann ist ganz schön schlecht dargestellt. So, Spiel speichern. Ich möchte jetzt wenigstens den Kerker noch zu... Äh, fertig machen. Das mache ich auf jeden Fall jetzt noch in der Episode. Und meine Stimme versagt langsam. Ich nehme viel zu viel auf im Moment. Beziehungsweise, es macht mir ja Spaß, aber ich... Meine Stimme ist um will so langsam nicht mehr. Egal, egal. Das schaffe ich noch. Das schaffe ich noch. Ich sollte auch aufhören, meine Stimme zu verstellen. Das ist... Übel. Aua. Was ging hier ab? Ah, wir haben hier quasi so einen Mechanismus in Gang gesetzt. Tab. Ach, sehr schön. Ah, jetzt dürfen wir warten. They spin me right round, baby right round. Überhaupt nicht meine Musik, aber immerhin in dieser Situation passt das auch. Schleim mal die ganze Kacke. Und... Äh. Sehr schön. So funktioniert der ganze Rotz. Und wir kommen hier zügig weiter. Schön. Äh, hier kann ich... Okay, so weit reicht die Zauberstabenergie nicht. Und wir sind Chuck Norris. Ja, nicht Chuck Norris. Hier. Johnny Knoxville. Das ist ein cooleres Vorweg. Hey, so. Einmal... Zwei... Und... Ja! Ja, super Suchtimodus. Das hat der cool gemacht, oder? So. Wollen wir die Karte mal speichern? Ja. Tun wir das. Und dann gehen wir hier nochmal durch. Oh, hier ist ja gar nichts. Oh, ich höre kranke Geräusche. Aber immerhin habe ich hier eine Karte und... Hallo. Na, Kollege, gleich. Wir spielen gleich eine Runde. Grogan Stump. Beliebter Zaubereiminister. Im Jahre... 18... 1811 vernahm wurde. War aber ganz schön lange im Abend, ey. Lieber Mann. Ja? Die Wand ist schon spannend, so, wenn man mit dem Kopf drin feststeckt, ne? Hallo. Ich mag ein Flieger, ne? Die sind so cool. So. Tschüss. Oh, du lebst noch. Geil. Naja, was heißt, du lebst nicht? Du bist noch da. Was ist das denn? Äh, so gehört sich hier aber kein Belieben, ne? Das wollen wir mal vermeiden in dieser Episode. Also, ja, das ist eine Bündchen da. So. Gehst du mal bitte hier runter? Äh, sind wir uns einig? Äh, danke schön. So freundlich von hier. So, jetzt können wir hier auch hoch. Oh, was ist eine Überraschung. Hier hoch können wir noch nicht. Okay. Und dann können wir aber hier hoch. Jawohl. Jetzt können wir auch hier den Supersprung machen. Oh, voll spannend. So, und jetzt nehmen wir hier den Schleim weg. Gehen hier nochmal hoch. Weil. Oh, geil, das ist doch so einer. Oder hat der Boden in der Hand auch mal? Ich liebe diese Viecher. Die sind so geil. Ich mag die echt so gerne, ne? Die sind einfach, ich weiß nicht. Ich finde die vom Design her cool. Außerdem machen sie lustige Geräusche und sind sowieso irgendwie ganz lieb. Eigentlich macht die auch nichts. Außer Klauen. Und ich meine so ein bisschen Klauen, das sei ein. So. Oh, das war sogar nötig, ne? Cool. Das war sogar ganz schön nötig, dass wir das gemacht haben. Soll mir recht sein. Dann ist es halt so, ne? Dann machen wir das jetzt hier mal im Speedrun-Modus. Zack. Zack. So. Ne, es war nicht nötig. Das ist, glaube ich, nur so ein Bonusraum. Davi. Ich habe das noch in Erinnerung, dass das ein Bonusraum war. So. Sehr schön. Jetzt haben wir das eh einmal gesehen. Jetzt ist es auch egal. Gewicht nicht stirbt. Und wir gehen jetzt hier einfach mal rein. Schön. Störe. So. Hallo, Truhe. Werter Freund. Ich hoffe, du hast was Schönes für mich. Nein. Du hast nur Bohnen. Das ist nicht schön. Ich danke dir kein Stück Scheiß. Truhe, ey. Man will im Spiel einfach keine Bohnen haben. Und wow. Wieso sollte ich jetzt eigentlich... Okay, gut. Wenn man den anderen Weg nicht hat, hat man es sogar ein bisschen schwerer mit den abschwackenden Versatzstücken einer Treppe. Aber was soll's. Wir sind jetzt wieder in den heiligen Hallen des Profektor. Das Profektor steht. Eigentlich heißt er ja Professor. Aber vielleicht ist er ja auch ein Profektor. Man kann ja nie wissen. So. Böhnchen, Böhnchen, Böhnchen. Das war jetzt gemein, ne? Kann man das überspringen? Nein, kann man nicht. Das heißt, es ist sogar gewollt. Boah, der Professor Snake ist aber ganz schön, also, ne? Der weiß, wie er uns zu besuchen hat. Die verschwinden einfach. Das ist natürlich auch geil. Einfach so schütteln. Ja, komm. Ich kann sogar die Wand treffen. Fängt mir jetzt erst auf, ne? Egal. So. Ah, ihr dürft nicht denken, ich spiele dieses Spiel zum ersten Mal. Es ist, wie gesagt, einfach nur so verkackt lang her. Oh Mann, ich rede echt wie so ein Gangster-Bobber gerade. Wie gesagt, ich bin noch aggressiv geladen von der Bionic-Commando-Aufnahme. Das ist schon ganz, äh, wie ein Gangster-Rede. So, da haben wir das Objekt der Begierde. Aber wir wollen hier erstmal hier hoch. Das hat er schon intelligent gemacht, der Professor Snape. Wobei, wenn er das hier sieht, dann wird er sowieso merken, dass wir hier sind. Wow. So, hier öffnen wir erstmal die Truhe. Geht ja natürlich nicht. Dann würde ich sagen, holen wir uns mal dieses Item hier. Und natürlich geht dann die Tür auf und wir sind im Gemeinschaftsraum. Geil. Sehr schön. Das gibt natürlich, ne, wir sind in Hallen des Proffekts, so Snape. Ah, okay. Das heißt, wir sind ganz schön den Umweg gegangen, aber soll mir recht sein. Ich hoffe, wir treffen jetzt den guten Professor nicht. Hallo. Komm, wir reden einfach mal mit ihm. Hi. Wie geht's dir so? Spionier nicht an Orten herum, an denen du nichts verloren hast. Ach, ich doch nicht. Also, pfff. Nö, nö, nö. In einem Klassenzimmer für Zaubertränke. Ich sollte mich besser für Snape in Acht nehmen. Snape hat bis jetzt nichts gemacht. Lust, ein wenig mit mir zu handeln. Diesmal konnte ich es schon vorhersehen. Das war echt nicht mehr... Oh, hi Hermine. Hallo Harry. Hi. Hallo. Ich habe zwei Hornhauten in den Zaubertrank gefunden. Klasse. Ich muss noch herausfinden, wo wir die nächste Zutat finden können. Aber ich werde es sicher bald herausbekommen. In der Zwischenzeit gebe ich das schon mal in den Trank. Jo, mach das. Sehr schön. Sie gründen ein Duellierclub. Heute ist das erste Treffen. Geil. Endlich. Hört sich interessant an. Endlich. In die große Halle, wenn du wissen willst, was ein richtiges Duell ist. Oh. Geil. Endlich haben wir dieses Feature freigeschaltet. Ich habe euch davon schon in vorigen Parts erzählt. Der Duellclub, ne? Da habe ich als Kind so viel verdammte Zeit investiert, nur um dort der Beste zu sein. Und das werden wir, weil ich es einfach nur mehr lieben will, in diesem Let's Play auch machen. Ich werde mit euch, ja, nee, ich will da jetzt nicht hin. Tschüss. Wart ruhig auf mich, ne? Ich will jetzt erstmal speichern. Das werden wir in die nächste Episode machen. Hast du auch, wo du hintritt? Wir werden uns einfach nur betteln. Und sonst nix. Sonst werden wir in die nächste Episode, na doch, werden wir noch schon machen. Aber das wird erstmal ein Heidenspaß, worauf ich mich jetzt schon sehr, sehr freue. Unter dieser Tür findet die Entschleim-Herausforderung statt. Ups, da wollte ich gar nicht hin. Danke, Harry. Diesmal warst du sogar echt nützlich. Ja, das werden wir in die nächsten Episode machen. Und da habe ich schon eine enorme Lust drauf. Denn das sind Dinge, da freut sich mein altes Herz für Kindheitserinnerung. Ach, schön. Schön, schön, schön. So, wir machen jetzt hier mal keinen Suizidsprung, weil ich es letztes Mal gemerkt habe, dass das ein bisschen viel Leben kostet. Hallo. Wir sind gerade so voll. Nein. Lust, ein wenig mit mir zu handeln? Oh, ich würde gerne. Hallo. Lust, ein wenig mit mir zu handeln? So, wir speichern. Und das war es dann auch erstmal mit dieser Harry Potter und die Kammer der Schrecken-Session. Wir haben den Kerker von Snape fertig gemacht. Das ist doch immerhin schon was. In der nächsten Episode kommt der Duellier-Club. Dann machen wir die zweite Zutat und mal schauen, wohin uns der Weg dann treibt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Mr. Möhr. Ich hoffe, ihr euren Spaß. Ich hatte ihn definitiv. Und geil! Und gern...